So und wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von EA Sports WRC. Es ist ja nicht so weit. Ja, der angesprochene Hotfix kam jetzt endlich raus für das im Dezember Release Update, was ja leider die Karrieren zerschossen hat. Und dieses Update oder dieser kleine Fix soll jetzt eben dieses Problem beheben. So wie es aber ausschaut, nicht bei allen. Es gibt wohl immer noch Leute, deren Karrieremodus nicht geht, die noch Probleme haben. Wo zum Beispiel, wenn sie im Hauptmenü sind, sie auf Karriere gehen und einfach wieder das Hauptmenü neu lädt und einfach nicht in die Karriere kommen und andere Problemchen. Also es sind noch nicht alle Probleme aus der Welt geschaffen und ja, ich vermute, soweit ich es verstanden habe, ist jetzt bis zum nächsten großen Update erstmal nichts geplant. Sondern dieser Hotfix soll erstmal ein paar Sachen aus der Welt schaffen. Wie gesagt, in meinem Fall hat es, glaube ich, soweit. Deswegen sind wir jetzt auch hier die Karriere gefixt. Weil bei mir war das Problem, ich war in diesem Hauptmenü und bin dann auf den Kalender gegangen. Und sobald dieser geladen hat, war bei mir direkt Feierabend und das Spiel ist wunderbar abgeschmiert. Wie ihr seht, ich bin jetzt wieder in diesem Kalender drin und endlich kann es weitergehen. Ja, einen ganzen Monat Wartezeit, muss man natürlich sagen, ist schon heftig für so ein Update. Es hätte im ersten Fall gar nicht erst so rauskommen dürfen, muss man ganz klar sagen. Da hat auf jeden Fall die Qualitätssicherung und Testabteilung komplett versagt. Weil das Problem ist ja nicht nur ein, zwei Leute aufgetreten und so ein Sonderfall gewesen. Sondern, naja, das war schon ein sehr weit verbreitetes Problem. Heißt, das hätte man locker auf Testsystemen reproduzieren können, sind wir fairerweise ehrlich. Weil das dann natürlich so lange bis jetzt zum Fix gedauert hat, lag natürlich, dass wir Neujahr, Weihnachten und ein paar Feiertage inzwischen drin hatten. Und da bin ich dann auch vollkommen fein, dass die Mitarbeiter von Copemars und Co natürlich dann auch zu ihren Familien können und Weihnachten feiern und so Kram. Alles cool. Wie gesagt, dass das Update im Dezember so released worden ist, ist der große Fehler gewesen. Und ich hoffe sehr, dass man jetzt bei kommenden Updates und Drops auf jeden Fall deutlich stärkere Qualitätssicherung an den Tag legt. Weil, wie gesagt, damit hat man sich auf jeden Fall sehr hart ins Knie geschossen. Eigentlich ein sehr solides Spiel. Hat sehr schlechten Beigeschmack bei vielen Spielern bekommen. Viele waren halt total abgefuckt, kann ich auch verstehen. Ich war ja auch super genervt, weil ich jetzt einen Monat die Karriere nicht spielen konnte, die eigentlich ein super geiles Spielmodus ist und mir absolut richtig Bock macht. Aber ja, gut, wir haben wir heute weiter. Wir sind auch noch am Controller unterwegs. Ich denke, wir werden die Karriere auch erst weiter am Controller zocken, weil es für mich übersichtstechnisch einfach cooler ist. Ihr seht mehr vom Fahrzeug, mehr von der Stage. Wir werden aber hier und da mal dann mal ein paar Sonderaufnahmen auch mit dem neuen Sim Rig machen. Aber sonst wäre es mal ein Controller, weil es, wie gesagt, für euch als Aufnahme ganz ein bisschen cooler ist, weil man ein bisschen mehr von unseren Fahrzeugen sieht, die wir auch fahren. So, ich muss jetzt mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Ist so lange her, dass ich keinen Plan mehr habe, was wir denn für Events fahren. Wir fahren die Fondry Drive Extreme Trophäe und die Junior WRC. Das sind die beiden Sachen, die wir also Fondry Drive Extreme... Okay, gut, gut, gut. So, dann schauen wir doch erstmal. Wir gucken jetzt mal rein. Ähm, das sind wir ja gar nicht gefahren. Fondry Drive Gleichmäßigkeitsrallye, Event 3 von 5. Wie gesagt, wir wollen ja eigentlich nur das mitnehmen, was wir auch aktiv fahren, weil es am meisten Sinn macht für uns. Ähm, und die Modern Classic, ähm, da gehen wir auch überall nicht rein. Ähm, hier gehen wir auch nicht rein. Und wir lassen mal unser Team ausruhen. Ich bin gerade mal kurz gucken, wie geht's unseren Jungs denn so. Oh, die sind eigentlich vollkommen aus. Da können wir... Ich dachte, Lenskopf hat auch keinen Sinn. Wir haben kein Budget, ne? Unser Dude hat uns kein Geld gegeben, ne? Ne, äh, ja. Aber dann lassen wir das Team ausruhen, weil wir haben hier nichts, was wir fahren können. Weil, wie gesagt, wir wollen uns ja auf die Main-Sachen fokussieren. Deswegen gehen wir mal... Ja, ja, komm, dann ruhe ich ja trotzdem aus der Bums. Ich habe mir gerade unsere Finanzen. Ja, ja, Finanzen. Die passen halt weiterhin, das ist das Wichtige. Ähm, unser Dude ist mit den Finanzen sehr happy und das freut mich doch. Deswegen, das haben wir ja letztendlich damit gewonnen. So, äh, Gruppe B Gleichmäßigkeitsrallye. Dann haben wir Junior WRC ausruhen. Ja, wunderbar, jetzt sind Motor-Tests. Aber wir wollen ja auch eigentlich nicht in der Junior WRC bleiben, wenn man fairerweise ehrlich ist. Da ist ja auf Dauer geplant, dass wir eigentlich rausgehen. So, das Gute ist, wie gesagt, unser Budget ist hier halt mal so ein. Deswegen ist das erstmal alles fein. So, Fia Junior, wie erzählt. Zweiter Lauf steht jetzt an. Drittes Event steht schon an. Wir sind gerade nur dritter. Äh, zweiter. Ich weiß gar nicht, was passiert ist nochmal. Aber wo... Ja, doch, ich weiß, was passiert ist. Es ist das selbe wie immer passiert. Und es geht heute nach Sardinien. Nach Italien geht es hier in Event 3. Und, äh, ja, da gehen wir auch direkt mal rein. Ja, warte mal. Wir müssen ja mal ganz kurz gucken. Funtry Drive Extreme ist jetzt hier nicht bei, ne? Wir müssen mal ganz kurz checken, nicht, dass ich da jetzt was verpasse. Ne, die ist nicht dabei. Okay, alles gut, alles gut. Das können wir fahren. Da gerät schon uns beim anderen nicht rein. Weil Junior WEC ist lustig, weil es nicht so wichtig wie das andere Ziel ist aktuell bei uns. Wenn man es so sehen muss. So. Gut, da haben wir unseren wunderbaren Boliden. Wir haben ja nur eine Lippo hier momentan. Und gehen mal wieder rein. Ähm, das Problem ist, ich habe natürlich jetzt auch seit dem letzten Video nicht groß gespielt. Wie gesagt, ich bin noch ein, zwei Rallys mit dem Lenkrad mal kurz gefahren, um zu gucken, wie das Spiel sich an sich fährt damit. Lenkrad, sehr geil. Ähm, aber ich habe seitdem ich das Update-Video gemacht habe mit, ey, die Karriere ist jetzt erstmal pausiert. Ähm, nicht weiter gezockt. Mal gucken. Also dann, Rally Italia Sardinia. Ein kleines Stückchen Rally Himmel. Ja. Schelle, enge Schotter-Etappen, die sich durch die Insellandschaft ziehen. So. Sorry, dass ich die beiden mittlerweile unterbreche, aber die wiederholen sich halt. Deswegen ist es mittlerweile irrelevant, was ich quatsche. Es ist exakt nicht gleich lang. Es sind zwar zwei verschiedene Stages, aber die tun sich nichts. Es ist also scheißegal, ob ich den Reifen wieder draufknallen. Heißt, ich würde jetzt erstmal den Harten drauf machen. Und dann können wir in der zweiten Update ein bisschen fliegen lassen. Gut, gehen wir mal rein. Aber ja, die Karriere funktioniert wie irgendwie wieder. Ich bin sehr happy. Ich bin sehr happy, dass es wieder geht. Oh, endlich können wir weitermachen. Gut, dass der Fix funktioniert hat bei mir. Wie gesagt, ich habe es bei anderen gesehen, wo es nicht geklappt hat. Deswegen, ähm, ja. Es hätte auch schlechter laufen können. Wir sind ja wieder reinkommen, ey. Wie gesagt, es ist eh jetzt über einen Monat her. Schauen wir mal, was wir da auch für Kette kriegen. Wow, 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 wow. Ein paar kleine Rücklöchchen haben wir auch hier mal hinbekommen. Ich hoffe, die beruhigen sich gleich mal wieder. Sonst muss ich im Hintergrund ein bisschen was ausmachen. Aber es sollte eigentlich nicht so hart wie vor dem Spielgrad beeinträchtigen, wie es das tut. Alles gut, so, alles. Erstmal hier im wunderbaren Griff. Guck mal, hier, das läuft doch, dann läuft doch, dann läuft doch. Ja, diese Mikro hat man ja manchmal immer noch am Stage ist, weil es sich auf so die Vorladen. Der Anruf, der Unreal Engine so ein bisschen ist die, ja, leider immer noch so ein bisschen hinderlich ist bei den Spielen. Ich bin an sich Fan von der Unreal Engine, aber ich bin, glaube ich, bei Kurvenauserspielen, wäre ich echt ganz Fan gewesen, hätte man die Unreal Engine weiterentwickelt, weil die lief halt einfach, ja, ein bisschen stabiler, hatte weniger Probleme gemacht. Und, äh, ja, aber ja, gut. Mal sehen, Rennspiel und die Unreal Engine sind ja nicht unbedingt, äh, die, da ist die Dream Combo, muss man leider sagen. Aber ich mag unseren kleinen Junior-WRT-Boliden. Uh, ein bisschen beim Anbremsen, ein bisschen blockieren gewesen, das war nicht so gut. Wir haben nur einen Gegner gerade bisher gefahren, wir sind Zweiter, aber Quaten ist ja unser Hauptmeisterschaftskonkurrenz, und dementsprechend ist es ja vollkommen fein, die anderen werden eh nicht schneller sein. Also, könnte von mir aus, die können durch den kompletten Boden fahren, da wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt worden, sag ich wie das. Wahier schön rein, ja, 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 bis hier durch den Bosch, bis hier durch den Bosch, mal ein paar Blätter mitnehmen. Ja, das ist das Spaß, du dir auf der Straße. Da hätte sich ja jemanden der Nachbarn irgendwann beschwert, dass man das mal bitte wegsägen muss oder kürzen muss, wisst ja, wie ich meine. Aber wir sind nicht weit vor Quaten, wenn ich links in unseren Zeitstrahlen... Oh, da habe ich gerade mit dem Flip gerechnet, aber das haben wir irgendwie sehr entspannt gemeistert. Ich habe mal kurz die Hardball gegrindet. Als Reliefahrer muss man ja auch ein bisschen abwechslungsleben kriegen. Das ist hier rechts, das ist schön. Vier Sekunden ist jetzt noch nicht, nee, kein Brett, da muss man ganz klar sagen. Da habe ich noch genug Potenzial für Fehler, die mich hier komplett ins Nichts reißen können. Aber drücken wir mal hier down, dass ich jetzt hier einfach wie ein Juga-Gott durchs Antinien fliege. Kann der eine 4-Richt-Schafs, ah ja, okay, ah, okay. Ist eine 4-Richt-Kurve, aber nur sehr knackig kurz. Der hat nicht schon einen Scharf. Wie eine schöne gute Currywurst, so ein bisschen Gewürz, ne? So ein bisschen flott, ein bisschen flott, alles gut. Mit dem Junior WRC-Fahrzeug kann man sich so viel Kram noch erlauben. Man kann einfach wie so ein Berserker in den Kurven reinämmern, weil man das Gott sei Dank irgendwie am Ende noch wieder retten kann. Das wäre mit einem, ja, wäre jetzt hier ein Spolin, wenn man da einmal gerade mal schön quer in die Wallachai gejagt und hätten sich ein anderes Italien besucht. In irgendeiner parallelen Dimension, wenn ich an irgendeinen Schrank gefahren bin, ah ja, die ist das nicht bescheid, so wunderbar. Das macht aber so wieder, es macht so Bock wieder zurück zu sein, das ist so ein gutes Spiel eigentlich. Ja, das Spiel halt nicht so Performance-Probleme, vor allem auf den Konsolen, da habe ich da jetzt öfters gelesen, dass die Performance halt wirklich nicht ganz so geil ist. Wie gesagt, ah, nee, nee, hör auf. Am PC muss man ja leider sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt brillant, also andere Spiele laufen bei mir auch deutlich besser als das VRC-Game leider. Ich habe halt immer mal wieder diese kleinen, ich sage mal, ihr seht's ja hier und da, äh, Freezes und leicht rückgleichen. Aber nein, es ist, was es ist. Aber ich sage, hier funktioniert zumindest bei mir wieder, also für Alarm. Ihr könnt's jetzt gerne mal probieren. Gibt's aber, wie gesagt, keine Gewissheit, dass es hundertprozentig so ist. Also, wie gesagt, ich habe, wie gesagt, Bug gesehen heute von jemanden, der wollte die Karriere gehen, klickt auf Karriere und es lädt einfach nichts. Es lädt einfach das Hauptmenü neu und dann kann er da wieder draufklicken, es passiert halt nichts mehr. Er kommt halt gar nicht mehr ins Karriere-Menü überhaupt rein und, äh, ja. Wenn man Bug-Fix neu reinkommt, ist das immer wieder spannend für die Spieler, weil die halt immer so ein bisschen Sachen rausfinden würden. Aber ich bin froh, dass es zumindest bei mir funktioniert hat, weil sie waren sich ja nicht sicher, ob sie einen Bug-Fix überhaupt raushauen können, der diese Karrieren wieder fixt. Es hätte auch sein können, dass die ganzen Spielstellen einfach broken sind, weil er einfach, was im Hintergrund sich zerschossen hat. Aber, ja, was soll ich sagen, bisher sieht es ganz gut aus. Also, ich dachte, bisher läuft es bei mir und, äh, soweit bin ich halt letztes Mal gar nicht gekommen. Wie gesagt, ich konnte nicht auf meinen Kalender zugreifen, da war er bei mir Feierabend, er hat meinen Kalender nicht laden lassen. Oh, zehn Sekunden habe ich aber gerade nochmal richtig schön runterfahren lassen, aber ich könnte nochmal ein bisschen aufholen, das ist ein bisschen Spannung, die man stoppt, das ist also langweilig. Ich muss sagen, es war auch jetzt kein geiler letzter Sektor. War ich doch noch schneller als der, 13 Sekunden, aber, äh, das hat doch viel kürzer jetzt ausgesehen, da links ein, wir gucken ja immer. Wir schauen mal, was jetzt dabei rausgekommen ist, vielleicht ist Craten ja auch nichts weiter geworden. Vielleicht wurde Craten ja noch rund gemacht. Wie gesagt, wäre geil für mich, wenn der halt komplett am Arsch der Heide landet, was die Maßstimme angeht. Ne, 13 Sekunden. Kannst Craten und ich fahren so, also ich fahre in der eigenen Galaxy und Craten auch nochmal, das ist einfach ein Träumchen, äh, Hinweise. Ha, machen wir nichts kaputt gegangen. Wahnsinn. Gut, zweite Stage steht an. Dieser Vorsprung haben wir ja aktuell, ist ein bisschen Puffer da, das ist schon mal ganz geil eigentlich. Wieder Reifen haben wir jetzt sogar eine schnelleren noch zur Verfügung. Also ich mache mir eigentlich jetzt keinen Stress, dass zumindest, was das Thema angeht, irgendwelche Probleme geben sollte. Das dürfte mein Glück kommen. So, ja, ja. Äh, so, Medium ist schon drauf. Reparaturen haben wir nichts. Ne, das ist Wahnsinn, da waren wir jetzt wirklich in einem perfekten Zustand. Geil, gut, rein in die zweite Stage. Sardinian, here we go. Ja, so. Dann gucken wir doch mal. Aber hier war am Ende der Stage ein paar Haarnadeln. Ich glaube, am Ende, das war nicht am Anfang. Ich glaube, es muss nicht der Ende gewesen sein. Ich glaube, der hat gerade so derbe weit rausgesucht. Ja, alles gut, du musst so weit weg. Ich war gerade ein bisschen irritiert, dass man so 20 Kilometer von meinem Auto waren, aber... Ah, ne, 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 wir fahren mit den anderen an. Ah, das ist ja dieser, ich nenne es mal Indoor-Rallypark hier, diese kleine Rallycross-Strecke, die wir hier haben. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Wow, Junge, der Sprung ist aber auch prädestiniert dafür, meine Autos einen richtig schönen Freundlich zu geben. Junge, das hat ihr die Hinterachse richtig ausgehebelt. Wir kommen auf die Nomi-Idee. Ein bisschen mal für die Fans hier, ne, wenn sie auch so flippen, dann kommt auch gut, ne. Dann kommt diese Compilations auf YouTube, habe ich mir mal sagen lassen. Ja, die ganze Rallye-Tab ist nicht so uneben wie in diesem Park, den sie hier gebaut haben. Ein Träumchen, das ist ja ein Traum. Aber ich bin noch begeistert, wie lange die da rausstehen bleiben. Da muss ich ja auch die Ländlige wirklich große Props geben. Das kann die schon ganz gut. So Partikel-Effekte und so, das ist schon, das ist schon, das kann die schon, ne. Das ist schon, das ist schon jetzt nicht unbedingt verkehrt. Das würde ich jetzt nicht ablehnen wollen. Uh, Asphalt, mal ein bisschen Grip. Yes, komm, 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 komm. Kann man auch ein bisschen durchladen hier. Alter, guck euch, wie lange die da staunen. Das ist schon, das ist schon, das ist schon gut. Brauchen wir euch nicht drüber reden, das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Vier Sekunden Vorsprung aküllen. How the fuck auch immer, das war jetzt wirklich keine Glanzleistung, muss man einfach sagen. Bisschen Schiss hier, Vollgas durchzuplecken. Ja, ich habe Gründe dafür. Scheiße. Nee, das ist, ja gut, wir hatten ja auch in Stage 1 keine Schäden. Wäre ja peinlich, wenn wir... Wäre auch peinlich, wenn wir in der zweiten Stage-Unschäden durchkommen. Mal kurz meine ganze Seite ein bisschen, das Fahrzeug ein bisschen kompakter geschrumpft. Passt jetzt besser. Verpackt flücken. Guckt euch, den rechts ist im Arsch, toll. Mann, 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 da ist mein Sponsor doch wieder pissig. Da denke ich, es ist ja auch mal ein Lukas, Alter, hätte es sein müssen. Ich habe hier gesagt, ja, für die Fans. Das ist ja Promo, weil wir sind in einem Video drin. Boah, das war jetzt knapp in der Live-Langiert. Ich habe gerade mal kurz vor, ich klipp die mal richtig mit dem Hack. Ja, 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 ja. Uh, uh, uh. Ja, wie ist der? An der Stelle, ich kann mich irgendwie mal nicht. Die ersten sind, glaube ich, schon mal gefahren, aber die ist hier neu. Also nicht nur im Spiel, aber neu, wir sind sie noch nicht gefahren. So, wir sind jetzt die Zeit verloren. Aber Führung ist Führung. Wie gesagt, wir haben 13 Sekunden vor Spielen. Wir können uns ein bisschen was erlauben. Wir haben Puffers. Oh, warum lenken wir da rein? Da links wollen wir, nicht da rechts. Okay, jetzt geht's weiter. Sehr schön, alles gut. Das sind gerade hier ganz leise und die hier abgezogen. Abgezogen für... Oh, Junge. Es geht aber schön hier runter. Und das vor allem, das Gute ist, die sind überall Felsen. Gummi und Blech lieben. Mein Gott, Alter. Jetzt habe ich aber gerade hier... Ach, komm. Jetzt habe ich aber gerade einen Lauf hier. Scheiße. Komm, Quentin, zieht uns ab. Ja, natürlich. Es ist echt nicht gut. Kann die zweite ja nicht... Ah, kann die zweite ja nicht gut laufen. Es wäre ja peinlich, wenn. Ich weiß, tut mir leid. Ihr habt ja eine Erwartungshaltung. Bitte fahr jetzt. Ist hier das Schaden egal. Wir haben drei Wochen eine gute Gekke gemacht. Wenn man es von der Zeit hat, dann müssen wir das Budget überschritten. Ich weiß, wie meine Motorhaube entgegen. Ich glaube, es ist nicht mehr so lange hin, bis sie los ist. Die Führung weggeschmissen, Mann. Scheiße. Leichter Cut hier. Füller ist natürlich gerade in Perfektion. Heißt, wir verlieren gar keine Leistung. Mh, mh, mh. Hallo, wieder auf. A2 Sekunden quäten. Das gönne ich dir mal. Das gönne ich dir mal. Mal fühlen Erfolg fürs Gefühl, damit ich weiß, wie das ist. Sag ich dem Typen, der gerade die Meisterschaft anführt. Ja, es ist... Wilder Flex auf jeden Fall, den Meisterschaftsführenden zu führten. Aber man muss auch mal einfach mal ein bisschen große Fresse haben. Alter, was ist denn los hier? Ich kriege die Kurven alle nicht. Oh, Junge. In der Stage habe ich hier gerade wirklich Trouble, ey. Die ist wirklich tricky mit dem Auto. Tür rechts ist mittlerweile offen. Wirklich mit beidem Arsch. Mann, das ist eine geile Experience hier gerade. Sardinien, ich liebe dich. Müssen hier nur so viel Felsen und Abhänge sein. Boah. Nein, nein, nicht einen Dreh. Boah. Ich glaube, irgendwie noch einen Sieg holen. Total unverdient. Komm, total unverdient einen Sieg holen. Links. In scharf rechts. Und sechs links. Na, komm. Kuppe, in sofort. Zwo links. 70. Kuppe, langsam. 60. Sechs rechts. Mach zu. Zwo. 30. Zwo links. Halb lang. 50. Leicht rechts über Kuppe. Halb lang. Nee, nee, nee. Wir werden diesmal kein Etappensek holen, leider. Schade. Aber sind wir auch mal fairerweise ehrlich, der wäre auch ein bisschen unverdient gewesen. Also, ich will ehrlich sagen, dass es ein bisschen unverdient wäre. Ja, gut, drei Sekunden von mir aus. Da sind wir doch eigentlich, wie schießt du da dran für das, wie die Karre aussieht, aber das war eine peinliche Stage. Aber hey, ist momentan Junior, wie jetzt hier ist, aber so eine gute Stage, eine schlechte. So ein bisschen Yin und Yang, meine Rallys. Das ist doch ganz schön. Bisschen für die Abwechslung. Wäre ja langweilig, wenn es immer gut klappen würde. Aber ich habe einen harten Reifen gehabt. Schwerbeschicht aus. Ja, da kann sich mein Team drum kümmern, das ist nicht mein Problem. So. Er hat auch einen Moduspunkt bekommen. Ja, gut. Stage-winner. Oh, das wird. Gut. 65, ich habe ein Pünktchen Vorsprung. Das ist jetzt nicht so geil. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben noch ein bisschen was, da müssen wir noch ein bisschen drauf achten. Danke. Ja, okay, da muss man jetzt nicht erzählen, wie sich das anfühlt. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Gut, Event 3 von 5. Wir haben noch zwei Events vor uns und momentan sind wir auf einem guten Mannschaftskampf. Kann man nicht anders sagen. Der Mannschaftskampf kommt hier beim Start. Budget-Ziel haben wir erreicht. Guck mal hier, sind wir wieder begeistert. Wunderschön. Oh, das Ziel haben wir auch schon mal geschafft. Oh. Rein theoretisch müsste ich jetzt keine Junior-WRC mehr fahren. Rein theoretisch können wir jetzt mit Junior-WRC schon aufhören. Rein faktisch gesehen machen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich einen weiteren Sieg haben. Aber das Ziel haben wir zumindest mal erreicht. Das ist schon mal ganz geil. Und das Podestplatz-Ding auch weiterhin. Wunderschön. Okay, da kam kein Ziel mehr. Dann schlägst du dich einfach perfekt. Max ist richtig begeistert vom Team. Besser geht es gar nicht. Okay, dankeschön. So. Die von Rudolf Extreme-Trophäe ist ja das... Ah, da geht es nächstes Mal direkt weiter. Wunderschön. Die ist nämlich als nächster. Lauf Nummer 3. Aktuell sehr guten Vorsprung hier. Da geht es dann wunderschön weiter. In unseren Fiesta war es, ne? Wir haben unseren Fiesta einfach noch. Ich bin... Ja, unseren Fiesta haben wir genau. Unsere haben wir sind Subaru noch. Den wollte ich eigentlich auch mal fahren. Habe ich die schon mal gefahren? Ich weiß gar nicht, ob wir Gruppe A irgendwas gefahren haben. Sind wir Gruppe A irgendwo am Teilnehmen? Ich weiß gerade gar nicht. Modern Classics. Ja, ich vermute nicht, dass wir irgendwo aktiv richtig am Teilnehmen sind. Naja, müssen wir mal gucken. Egal. Auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, es ist mittlerweile so lange her, dass ich wirklich die Übersicht verloren habe. Nächstes Mal geht es auch wieder mit der von Rudolf Extreme-Trophäe weiter. Es geht zur Rallye Pacifico in unserer wunderbaren Fiesta. Und wenn ihr auf Bock habt schaut, auch gerne nächste Folge wieder rein. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, diese Folge raus. Eure Radisson. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018